Das Beste ist ja eigentlich der Feind des Guten. Ich glaube, das hat mal Voltaire gesagt. Jetzt gucke ich ja heute in die Vergangenheit und das in der Gegenwart, weil wir ja in einer Zeitenwende sind. Also auch wenn rundum Katastrophen sind. Die Endzeitstimmung, die drückt mir wieder so ein bisschen auf den Zeitgeist. Das finde ich einfach super, dass man hier so lachen kann. Ja, es heißt ja auch Unterhaltung. Super cool. Warum? Weil sie unser Frauenbild verkörpert. Das ist so sexy. Fantastisch. So authentisch. Trifft einfach den Kern der Zeit. Facebook, Google, YouTube, weg. Alles weg. So schön, dann hast du auch ein bisschen was zu tun. Das Beste aus 18 Jahren Humorarbeit. Eva muss man gesehen haben.